Ich war mit Sarah Wagenlecht verabredet, um über Josef... Es ist natürlich vor allem ein bestimmtes Milieu. Ich sage mal, relativ gut situiert, meist akademisch gebildet, in Großstädten lebend. Das alles ist aber noch kein Problem. Das Problem ist, dass es Menschen sind und auch Meinungsführer dieses Milieus, die glauben, dass sie ihren Lebenswandel zum gesellschaftlichen Standard machen können. Kommt dazu die biologisch korrekte Ernährung, dass man in der Innenstadt wohnt, und da macht man viele Wege mit dem Fall, die man sich leisten können muss. Und wenn Leute glauben, dass sie anderen vorschreiben können, wie sie zu reden, zu leben, vielleicht auch zu denken haben, was sie zu essen haben, dann ist das eine selbstgerechte Attitüde. Und in Teilen eben des linken Milieus gibt es das. Und ich bedauerlich finde, weil ich wünsche mir ja eine stärkere soziale Politik. Ja, alle. Ja, das sind Menschen, die sich vor allem über ihren Lebenswandel definieren und die davon ausgehen, dass also ihre Privilegien eigentlich eine persönliche Tugend sind. Und die deshalb das öffentliche Meinungsbild prägen. Das ist tatsächlich so. Und viele höhere Spritpreise. Und ich meine, natürlich bin ich auch dafür, den Klimawandel zu bekämpfen. Also das ist nicht die Frage. Aber die Frage ist ja, wie Kosten von 50 oder 80 Euro im Monat wegstecken können. Wenn die anderen Menschen dann verachten dafür, dass sie all das nicht unterstützen, wenn sie sagen, ja, die sind ignorant, die kümmern sich nicht um den Klimawandel, die wollen also nur ihre sozialen Vorteile, dann ist das eben, dass man einen Andersdenkenden nicht zunächst mal akzeptiert als jemand mit einer anderen Meinung, sondern dass man davon ausgeht, das ist garantiert ein schlechter Mensch, weil sonst hätte er ja nicht eine andere Meinung. Das Mittel der Ächtung, das sind ja nicht Mehrheiten im gesellschaftlichen Rahmen, die sich da... Die sind aber eben sehr lautstark. Und damit wären wir bei... ...und das auch polarisierendste, den polarisierendsten Post. Gerade wenn sie irgendwie nach Öffentlichkeit, also das ist ja was anderes, ob jemand nur seinen Freundeskreis hat, aber die, die auf Öffentlichkeit aus sind und auf Resonanz aus sind, die wissen, man muss auch nichts begründen. Also das hat ja auch Josef Vogel sehr klar, finde ich, dargelegt und das sehe ich auch als ein Problem. Also es ist keine... Auch wenn ich zum Beispiel mich wehren kann, wenn in der FAZ über mich was geschrieben wird, was nicht stimmt, dann kann ich dagegen rechtlich vorgehen. Wenn bei Facebook zum Beispiel Zitate mir in den Mund gelegt werden, die ich nie gesagt habe, gibt es gar nicht, wie eine Zeitung, eben verantwortlich für die Inhalte, sondern sie können das alles reproduzieren. Und ich finde das Buch auch deswegen wirklich interessant, weil es auf diesen Missstand aufmerksam macht, dass wir ganz wenigen riesengroßen Monobiardenmenschen überhaupt an Informationen erhalten, also was angezeigt wird. Also der Facebook-Algorithmus, niemand weiß, wie der genau funktioniert. Und weil natürlich diese Unternehmen ein sehr erfolgreiches Lobbying betreiben, weil sie der klassische Grundsatz des Ordoliberalismus ist ja, dass kein Unternehmen so groß werden darf, dass es im Grunde Politik kaufen kann. Vogelvergleich. Die übernehmen ja auch immer mehr Funktionen, die eigentlich der Staat bereitstellen müsste. Also es sind ja deswegen auch Plattformen, die sind ja Infrastruktur. Jetzt zum Versuch der Währung. Im Gesundheitsbereich. Ich meine, wir haben jetzt erlebt, gerade in Corona-Zeiten, wie problematisch das ist. Da hätte man ja sagen müssen, okay, es gibt eine öffentliche Plattform, da ist auch transparent, welche Daten werden gespeichert, welche werden nicht gespeichert. Viele dürfen eben dann nicht gespeichert werden. Aber diese gibt es nicht. Es gibt keine öffentliche Infrastruktur für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Und damit ist das eine relativ... Private Unternehmen, immer mehr Daten bekommen, Daten über uns. Also Gesundheit ist ja etwas ganz Elementares. Und sie machen Geschäfte mit diesen Daten. Und am Ende wundert man sich, dass man Algorithmus rausgefiltert hat, na, der wird vielleicht nicht mehr so alt. Oder dass man einen Beruf nicht, einen Job nicht kriegt, weil irgendein Algorithmus die Daten so ausgewertet hat, oh, der ist vielleicht öfter krank. Also dann schleunigst gestoppt werden müssen. Also deswegen habe ich ja auch in meinem Buch, in dem Kapitel über Digitalisierung gesagt, wir müssen in Europa einen anderen Weg der Digitalisierung gehen. Wir dürfen nicht diese Daten kraken, den Welt. Also dass man tatsächlich, ich meine, Herr Altmaier hat ja uns diese europäische Cloud immer als Gegenentwurf, als eine europäische Souveränitätsinkarnation verkauft. Und dann ist ja letztes Jahr öffentlich geworden, wer die strukturiert, diese tolle Cloud, verdrängen muss. Weil sie ja wirklich, also ich meine, wir haben ja eigentlich gar nicht so schlechte Datenrichtlinie. Daten können transferiert werden, die Daten können geschäftlich verwendet werden. Und ich finde das wirklich ein blamables Kapitel von Politik, dass man dagegen nichts tut. Ich meine, jetzt ist ein Großteil des Unterrichts läuft über digitale Plattformen. Und auch da wieder zum Beispiel Microsoft, auch ein Unternehmen, das massiv Daten speichert. Wir werden ja immer Gläser. Alles von uns wird immer mehr auf irgendwelchen Serverfarmen amerikanischer Unternehmen gespeichert. Und da soll mir keiner sagen, dass das nicht missbraucht wird. Natürlich kann das, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich gebe zu, als Politiker muss man fast schon einen Facebook-Account haben, um zu verlautbaren. Aber ehrlich gesagt, privat würde ich auch keinen haben. Also weil ich finde, das ist, ja, also mir ist das zuwider. Auch diese Entmacht, aber sie haben natürlich ein gewisses Eigenleben. Und das beeinflusst am Ende immer mehr, wie wir leben und was passiert. Und natürlich auch die ganze Entwicklung Richtung selbstfahrender Autos. Das ist ja gar nicht so sehr, dass die Leute sich davon...